Einen recht schönen Nachmittag aus dem Gocke, meine Damen und Herren, hier spricht die Kabinein. Mein Name ist Matthias Stocker und gemeinsam mit der gesamten Besatzung möchte ich das jetzt willkommen heißen, an Bord auf unseren heutigen Servicen erzeugen. Wir halten unseren Abflug in den Kürze, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Guten Abend, Läggs und Schämen von der Freitag, Captain speaking. Mein Name ist Matthias Stocker und an behalf der Kürze, ich würde gerne einen Bord auf den Servicen zu Zagreb. Wir expecten ein Däckhoff, wenn man es fliegt. Kürze, bitte prepare für die Börse. Kürze, bitte wie es dir geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020